Hattest du schon einen Autounfall? Ich hatte schon mal einen Autounfall, ja, deshalb bin ich so ein bisschen vorsichtiger. Autounfall, das war eine seltsame Story bei mir und zwar, ich bin in meinem Auto auf die... Warte mal, ich mal's euch mal ganz kurz auf, ich mal's euch mal ganz kurz auf, meine Story. Die ist nämlich zu dumm eigentlich, passt mal auf, also stell dir mal vor, hier ist so die Autobahn, so. Und ich komm von hier quasi, hier ist so die Auffahrt, so. So, warte mal, hier ist so quasi halt die Auffahrt, so. Und ich fahr quasi halt von hier rein, ja. Die sind so, das ist glaube ich dreispurig gewesen, sagen wir mal hier so, so, so. So, so, so. So, und dann bin ich reingefahren und dann kam hier, das hier ist ein LKW, ja. Und das hier und das, das blaue Auto bin ich, so. Also wortwörtlich, mein Auto war damals blau, so ich war, das hier bin ich, ja. So, und dann ist der LKW, dann ist dieser LKW, es glaubt mir niemand bis dato, aber es ist wirklich so passiert. Genau wo ich quasi hier gewesen bin, mit meinem Auto, ist der LKW einfach rübergezogen, hier rüber, so. Mein LKW mit einem Chessischen Kennzeichen hat mich quasi hier gestriffen. Ich hab, äh, mein komplettes Auto hinten, hinten verbeult gehabt. Der LKW ist einfach dann wieder zurück auf die mittlere Spur. Und, ne, gar nicht, er ist sogar hier geblieben, er ist sogar auf der Spur hier geblieben. Und ich bin dann hier raus an Seitenstreifen und hatte mein Auto direkt kaputt, Alter. Gut, ich kann euch auch mal ganz kurz mein erstes Auto zeigen. Wartet mal ganz kurz. Äh, Twitter-Corolla-Kombi war es aber genau. Es war genau, genau das Auto hier hatte ich als erstes Auto. Und dann hatte ich hier die komplette Seite kaputt. Das war mein erstes Auto, Leute. Das war mein erstes Auto. 100 PS, Alter. Und, ähm, das hier dann, also hier an der Seite ist dann einmal alles komplett kaputt gegangen. Das war auf jeden Fall traurig. Ich glaub, ich hab's sogar noch ein Video davon. Warte mal. Das war mein einziger Unfall, den ich hatte. Wobei, ne, das stimmt nicht. Ich hatte, pass mal auf, ich hatte noch einen Unfall, Leute. Das war noch dümmer. Da war ich aber diesmal dran schuld. Ich bin in der Ausbildung. Äh, ich hab ja eben bereits erzählt, ich hab Immobilienkauf mal gemacht. Und dann hatte ich hier quasi, machen wir mal hier so, also ganz normale Kreuzung halt. Machen wir mal ganz kurz einfach hier so, so, so. Ihr kennt das ja, wie eine Kreuzung aussieht, so. Ja, dann brauch ich jetzt hier nicht großartig. Ihr wisst, wie eine Kreuzung aussieht. So, das brauch ich jetzt hier nicht großartig irgendwie. So. Und dann hab ich auch richtig Ärger mit meinem Chef bekommen, weil ich halt ein Auto zu Schrott gefahren hab. Und zwar, das war dumm von mir. Ich bin hingegangen und bin von, ähm, hier bin ich gekommen, so. Und wollte halt hier links abbiegen, so. Hier war halt ne Ampel, ne. Also hier war quasi so ne Ampel. Und ich bin, ähm, bei, bei Grün bin ich gefahren. Und hab halt vergessen. So dumm, ey. Ich war halt 19 so, ne. Aber gut. Ich hab halt vergessen, dass von hier auch noch Autos kommen, ja. So, dann bin ich gefahren und die Ampel ist aber halt auf, auf Dings, auf, 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 auf Gelb umgesprungen. Ich bin auch so ganz schnell über die Kreuzung und dachte so, ja, easy, schaffst du ja. Ja, dann bin ich dann halt genau hier mit dem anderen so zusammengestoßen halt. Hier hat's dann richtig schön gekracht, so. Und dann erstmal hier wieder rausgefahren, ne. Hier die zwei Autos dann gestanden. Das war auch so ein Typ, der wollte mich zuerst zusammenschlagen, Alter. War mega angenehm. Und, ähm, ja, da musste ich erstmal meinem Chef erklären, was da passiert ist. Und ich dachte halt, und ich war auch noch so dumm. Und ich war so dumm. Und dachte mir so, ey, das ist ja nicht meine Schuld jetzt, dass ich in den Reihen gefahren bin. Weil, äh, ich hatte ja grün. So, ja gut, aber grün heißt ja nicht automatisch, dass ich dann, dass ich dann direkt durchfahren kann, ne. Weil ich halt von hier, von hier kamen halt immer weiter Autos von hier so. Und ich stand halt mitten auf der Kreuzung. Klar, er hätte mich halt jetzt vorlassen können, wenn er korrekt gewesen wäre. Aber die Autos, die halt jetzt auch von hier grün hatten, haben halt für mich quasi blockiert, dass ich hier rüberkam. Dann war halt von hier, von der Seite hier kam dann halt das Rote von hier. Ähm, also von dir hatten dann irgendwann auch grün. Und dann ist er dann in mich reingefahren. Und ist dann relativ schnell beschleunigt. Und, äh, ja, keine Ahnung. Hat dann leider Gottes mich nicht einfach vorbeifahren lassen. Das ist natürlich Chef. Wahrscheinlich hast du deinem Chef es aufgemalt. Ich hab es meinem Chef so aufgemalt. Ich hab aber halt gesagt, dass der Typ halt hier vorne, der hat dann auch so eine Waffe gehabt, ne. Also der hat halt so eine Gun gehabt. So, das war, das wusste mein Chef auch. Der hat hier so eine fette Pistole gehabt, Alter. Und, ähm, hat mich dann hier so dann damit totgeschossen, genau. Also, ja, war, war, war eine krasse Geschichte. So, kann man nicht anders sagen. So, das hier, das hier bin ich gewesen, so. Und dann ist der so mich rein, so, heftig. Ja, Leute. Ähm, welches Auto bekommst du? Was für ein Auto ich bekomme, Leute? Soll ich es euch erzählen oder nicht? Soll ich, 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 soll ich sagen oder nicht? Okay, Leute, es ist, ich zeige es euch nur ganz kurz. Ich zeige euch jetzt nicht das, ja, wobei, doch, komm, pass auf. Ich zeige euch ganz kurz. Das, das ist, ähm, das hier ist mein neues Auto tatsächlich. Der kommt im, der kommt im Mai, kommt der, im Mai, genau. Das ist quasi mein neues Auto. Sieht auf jeden Fall echt lecker aus. Ist richtig, richtig nice. Ähm, danach wird es für mich wahrscheinlich ein Mercedes EQC geben. Ähm, aber, ja, ich bin halt maximaler Fan von dieser Baureihe. Äh, ich finde es maximal geil. Ich habe ja momentan halt nur ein, äh, Viertürer, äh, ne, Dreitürer halt. Und, ähm, ja, keine Ahnung, äh, der, der Panamera-Killer, genau, der ist es halt, richtig. Und bin halt hingegangen und habe halt gesagt, okay, ich, äh, hole mir jetzt halt ein, äh, ein größeres Auto. So, der ist auch 20 Zentimeter länger und so und ich habe auch bei mir, ähm, äh, am Dingens ausgemessen, so in der Tiefgarage und alles. Aber es passt auf jeden Fall. Ähm, ja, ist halt maximal, ist halt auch ein geiles Auto, so, ne. Ist halt, habe auch erst so überlegt, halt den GT normal zu holen, aber den GT 43 halt, der ist halt schon echt lecker, ne, der Viertürer. Ähm, ich habe auch, glaube ich, den GT 63 S genommen. Der hat auf jeden Fall maximal, ähm, maximale PS und so. Ist halt, ist halt, ist halt ein geiles Crossover zwischen, äh, zwischen dem, zwischen der Luxuskarre und einem Sportwagen, ne. So, der hat halt den, ich habe den einfahrbaren Spoiler genommen, ich habe keinen festverbauten genommen, weil ich finde den sauhässlich so. Ich habe den hier nicht fest. Ich finde, festhielt immer so sehr asozial aus. Ähm, den habe ich per Whip Leasing genommen, genau. Und danach werde ich mir wahrscheinlich tatsächlich, weil ich auch ein bisschen so umweltmäßig mir ein paar Gedanken gemacht habe, ähm, was kostet der, ich glaube, Neupreis ist der Wagen bei knapp 200.000 gewesen. Aber wir zahlen ja tatsächlich echt nur einen minimalen Bruchteil von dem, ähm, so, dass das halt noch irgendwo vertretbar ist. Aber ich bin noch nicht so derjenige, der da, keine Ahnung, ich habe ja über mein letztes Auto auch kein Video gemacht, so, was ich mir geholt habe. Aber ich finde es halt einfach nice, so, deshalb, ähm, ja, ich, ich, ist halt einfach ein brutales Auto, ne, Leute, kann man nicht anders sagen. Ist halt auch ein maximal geiles Ding. Ich bin groß ein Mercedes-Fan. Welches Auto hattest du vor deinem C63? Ich habe jetzt den C63, ich habe ja, momentan habe ich den C63 AMGS Cabrio. Deshalb hier, sind noch die Abmessungen drin, weil ich wissen wollte, wie groß der ist für die Garage. Ähm, momentan habe ich quasi den hier, nur in Schwarz halt, auch mit der, mit der Silberlinie, mit dem Silberding meiner, genau. Und das ist quasi gerade mein Auto, den habe ich gerade. Und vorher hatte ich das C63 Coupé, äh, weil ich den halt auch extrem nice fand. Davor hatte ich tatsächlich einen, ähm, das alte Auto von Simon Unge. Und zwar hatte ich den, boah, Honda, den Honda Civic Type R 2015, glaube ich, ist das gewesen. Genau, der 2015er hier. Ja, ich glaube der, nee, 2013er? 2013er? Ja, den hier hatte ich dann vorher. Den Civic Type R hatte ich vorher, der war auch ganz nice. Und davor hatte ich ja, wie gesagt, den räudigen Toyota. Ähm, genau. Der hier hatte, glaube ich, 100. Boah, Alter, der war, der war absolut, der war auf jeden Fall nicht so schön. Der war auch in Rot so, der war nicht so schön. Hat mir auch nicht, aber nicht gefallen. Ähm, was ich mir dann nachholen möchte, ist halt der, tatsächlich der Mercedes EQC. Weil ich einfach ein großer Fan von Elektroautos bin. Allein wegen der Beschleunigung und sowas. Ähm, äh, Video vom Auto, wie ich es hole. Boah, eigentlich bin ich nicht so. Der, einer, der so sagt so, ja, ähm, ich, ich, ich mach da jetzt so einen Flex draus. Keine Ahnung. Ich rauche nicht. Nee, nee, ich rauche nicht. Ähm, ist Unge dein Bruder? Nee, ist nicht, ist nicht. Ähm, das Ding hier, das Ding finde ich halt maximal geil. Weil ich halt echt ein großer Fan bin von, von Elektroautos mittlerweile. Ähm, und der EQC ist für mich auf jeden Fall auch ein echt erstrebenswertes Auto. Ist nicht ganz so teuer. Ist ein bisschen praktischer und ist halt ein Elektrowagen. Das wäre für mich so das nächste Ding. Ich warte eigentlich noch auf die, äh, Mercedes, ähm, Linie mit dem, mit der Limousine. Äh, Elektrolimousine. Ähm, ich denke mal, ich werde das andere Auto dann für ein Jahr halten oder ein halbes Jahr. Ich weiß noch nicht genau. Aber, äh, ja, genau. So sieht es quasi momentan aus. Das sind so, das sind so die Karren, die ich bis dato hatte. Und, ähm, ja, bin schon viele andere Autos gefahren. Irgendwie Maserati und sowas. Aber alles mit Leasing genauso. Ich würde mir halt niemals einen Neuwagen kaufen. Weil das halt einfach irgendwie echt so teuer ist. Und ich, das Ding ist, Leute, for real. Also, ein Neuwagen ist für mich halt einfach nicht so, nicht so, nicht so nice. Ähm, genau. Den E-K-E, der kommt ja auch, ne? Diese, ist das, ist das der nicht E-C-E? Ja, ne? Ähm, ja, ist das, wo ist der, genau? E-Q-C? Wo ist denn der hier? Ist das E-C-E? Ist das der E-C-E, der kommt? E-C-E? E-Q-E. Ist das doch E-Q-E? Oder ist das E-C? Wie heißt der? Warte. Wie heißt, was ist das sogar da geschrieben? Was mit dem Audi e-Tron GT? Finde ich auch nice. Mindestlaufzeit haben wir nicht. Also, Mindestlaufzeit ist ein halbes Jahr. Danach ist, äh, äh, danach ein Tesla für Jody. Ja, mit dem Auto sind wir schon relativ nah am, am Tesla dran, sag ich mal, ne? Also, ähm, genau. Das wäre so für mich maybe auch way to go, vielleicht sowas nochmal hier als Elektrowagen zu haben. Ein Coupé halt tatsächlich dann als Elektroauto. Das hier der E-Q-C und das hier dann hier der E-Q-E oder was das dann ist. Fände ich ganz nice. Ja, Leute. So sieht's quasi momentan aus. Das sind quasi die Karren, die ich mir reingönnen möchte. Und, ähm, wer weiß, ob ich das tatsächlich mache. Also, das neue Autos bestellt, kommt im Mai an. Und, ähm, ja, so sieht's quasi bei mir aus. Der Urus, ähm, E-Q-E und E-C-E-Q-S. E-C-E-Q-E, aber da gibt's noch gar nichts. E-Q-E, ne, gibt's noch gar nicht. Und der E-C-S, gibt's da schon irgendwas zu? Oh, der hier ist das. Der sieht natürlich, natürlich auch schmackotastig aus, ne? Ist halt auch ein geiles Auto, Alter. Auch, es ist immer so witzig, wie sie ihn umgebaut haben. Der ist natürlich auch echt geil, ne? Auch ein ziemlich geiles Auto, ne? Kann man nicht anders sagen. Also, Elektroautos, wie gesagt, finde ich, allein aus dem Umweltaspekt und sowas, nicht verkehrt. Klar, die Lithium-Ionen-Batterien, so, die sind halt auch nicht unbedingt die geilsten. Alter, was ist das denn, Junge? Was ist das denn? Der AMG One. 2,7 Milliarden Euro. Besonders Elektroauto. Sehr geisteskrank. Ist ja einfach nur krank. Ähm, gut. Ja, Leute, soviel auf jeden Fall zu meinen Autos. Ich bin jetzt erstmal offline. Und wir sehen uns wahrscheinlich morgen Abend wieder, Leute. Morgen Abend, 18 Uhr mal wieder. Und wir sehen uns heute, Leute.